Was geht ab Leute, Sane ist wieder da und zwar mit dem Kapitel Review zu One Piece Kapitel 940 The Spark of Rebellion. Und auf der Coverpage sehen wir Bartolomeo wie er mit Spielzeugpuppen der Strohbande spielt, auch das ist einfach nur mal wieder so ein Fan Request Panel, also nicht so viel rein interpretieren. Zuallererst sehen wir Nami und Leso wie sie sich über Trafalgar Law unterhalten, denn dieser war natürlich ziemlich pisst darüber, dass die anderen Beppo und Co beschuldigen den Plan verraten zu haben. Er selber sagt, hey ich würde niemals Leute in meine Crew aufnehmen, die mich verraten könnten. Er vertraut ihnen ihr ganzes Leben an. Dann switcht die Szene später rüber neben ein bisschen bla bla von einer alteren Dame in Tonoyasus Haus und dort sehen wir Tonoyasu, Sanji, Okiku, Franky, Shinobu und auch Kanjuro wie sie sich über den Plan unterhalten. Tonoyasu sagt er möchte den Leuten gerne helfen und möchte sich deswegen den Kampf gegen Shogun und Kaido anschließen, um Wano Kuni zu befreien, damit die Leute wieder mehr zum Essen haben, sich Medizin leisten können und solche Sachen. Als Tonoyasu dann auf einmal verschwindet, fragen sich natürlich Sanji und Co, hey Kanjuro, Shinobu, kennt ihr diesen Dude eigentlich? Und sie gucken sich an und denken einfach nur, wir haben absolut keinen blassen Schimmer, wer der Dude eigentlich ist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, bisher ist ein ziemlich mysteriöser Charakter. Also das heißt, die Leute von vor 20 Jahren, Kinemon und Co. kannten ihn nicht, das heißt, er ist kein Teil dieser Allianz eigentlich und heutzutage kennt man ihn auch nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall wird dann weiterhin erzählt, dass Tonoyasu eine Tochter hatte und zwar war dies die kleine Toko, das kleine Mädchen, was immer bei Komorazaki rumspringt. Er hat diese verkauft, damit sie einfach ein besseres Leben haben kann als eben als armer Schlucker in dieser kleinen Stadt. Und Toko liebt ihren Vater so sehr nach allem, was war, dass sie ihm ihr ganzes Geld immer rüberspendet. Doch Tonoyasu sagt sich, ich kann das Geld nicht für mich behalten, das wäre einfach nicht fair und verteilt sein ganzes Geld, kauft Essen, kauft Medizin, verteilt diese, so dass er selber nichts mehr übrig hat für sich, aber er ist trotzdem glücklich und hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Deswegen nennen ihn die Dorfbewohner auch mittlerweile ihren eigenen Buddha. Dann switcht die Szene rüber zum Udan Prison, wo Armadillo Man immer noch gegen Ruffy kämpft. Und es ist ein ziemlich einseitiger Kampf, denn Armadillo Man hat einfach keine Chance. Dennoch regt sich Ruffy ziemlich auf, denn er kriegt es mit dem Haki einfach nicht gebacken, also mit diesem erweiterten Rüstungshaki, mit dieser Art Schockwelle. Hio erklärt ihm, Haki ist sowas wie ein Fluss, der in deinem Körper durchfließt. Er ist überall in deinem Körper. An den Stellen, wo du ihn gerade nicht brauchst, nimmst du ihn auf und lenkst das alles in eine einzige Bahn, da wo eben gratis Haki sein soll und dann stößt du es aus. Aber trotzdem kriegt Ruffy das nicht hin, besiegt Armadillo Man aber dennoch. Danach wollen sie sich eigentlich über den Plan unterhalten, doch es sind einfach noch zu viele Wachen am Start. Deswegen aktiviert Ruffy einfach mal sein Königshaki, guckt einmal ganz fies und die Wachen sind alle platt auf dem Boden. Auf jeden Fall erzählt Ruffy Hio dann von den vier Kaisern und dass Kaido einer davon ist und dass man diese besiegen muss, wenn man König der Piraten sein will. Und daher erwähnt Hio plötzlich Piratenkönig? So wie Roger? Ja, auch Hiogoro kannte nämlich Roger und zwar ist es natürlich logisch, denn vor 20 Jahren war Roger schon damals auf Wano Kuni oder vor über 20 Jahren und hat sogar Momonosuke und Kinemon und Pipapo kennengelernt. Das ist ja nichts Neues. Wäre etwas komisch, wenn Hio ihn dann nicht auch kennen würde. Plötzlich taucht aber dann Karibu auf. Oh oh. Und zwar in einem extrem erschreckenden Weise. Denn aus Karibus Bauch kommt auf einmal Reisus Körper, der ziemlich beeindruckt ist von der Fähigkeit von Karibu und sagt, boah, ey, der wäre ein geiler Verbündeter und diese Fähigkeit brauchen wir unbedingt. Ruffy ist dem natürlich nicht so begeistert, denn der kennt Karibu natürlich. Aber Karibu kommt natürlich mit seiner Art und Weise wieder an mit dem, oh ja, komm, ich helfe euch. Ich möchte mich euch anschließen. Bitte befreit mich aus dem Gefängnis. Ich werde auch alles tun, was ihr wollt. Und Ruffy, der ja so gutgläubig ist, glaubt ihm das sogar auch noch. Naja, gut. Hiogoro heult. Und zwar ist er einfach erfreut darüber, dass es den neuen roten Schwertscheiden gut geht und dass alle immer noch leben wie Momonosuke, Kinemon und Co. Und dass der Plan endlich voranschreiten kann. Denn er hat schon selber nicht mehr wirklich dran geglaubt. Er war schon in einer Verfassung, wo er gesagt hat, ich gebe auf, lasst mich einfach sterben. Ich habe keinen Bock mehr. Aber jetzt blüht alles wieder auf und so auch Hiogoro. Und er erzählt Ruffy gleich mal, dass es neben dem Areal, wo sich Ruffy und Hiogoro gerade befinden, vier weitere Areale mit noch mehr Gefangenen gibt. Und die meisten dieser Gefangenen sind nämlich Leute, die gegen den Shogun oder Kaido rebelliert haben. Da erwähnt ihr doch auch natürlich gleich mal, hey, das wären doch gute Verbindete, oder nicht? Und wie wir ja wissen, hieß es ja, wir brauchten ja so ungefähr 5000 Mann und die wussten einfach nicht, wie sie diese auftreiben können. Da ist die Antwort in diesem Kapitel. Zudem sagt Hiogoro auch noch, dass es wohl in dem Gefängnis auch noch weitere Yakuza-Bosse gibt, die sich wohl liebend gerne Kinemon und Co. anschließen würden. Und wenn die alle in etwas so stark sind wie Hiogoro, dann könnten wir da einiges erwarten. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, Kawamatsu, der Kappa, ist immer noch im Gefängnis drin und den wollen sie natürlich auch befreien. Das ist ja logisch. Im allerletzten Panel dann sehen wir, wie Big Mom, Chopper und Co. reitend auf dieser Echse langsam am Udom Prison ankommen. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass sie im nächsten Chapter endlich im Gefängnis landen bzw. im Gefängnis ankommen. Und ich bin mal gespannt, ob es zum Battle kommt. Big Mom vs. Queen. Wenn ja, ich mache auf jeden Fall ein Video drüber, denn auch nächste Woche wird es wieder ein Kapitel-Review geben. Ich glaube nämlich Pause ist dieses Mal keine. Ich hoffe auf jeden Fall dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir, indem ihr mir einen dicken fetten Daumen nach oben gebt. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und euch gefallen hat, was ihr hier seht, dann drückt einmal auf den Abonnieren-Button. Und wenn ihr etwas mehr aus meinem privaten Leben wissen wollt oder auch mal hier und da paar kleinere Informationshappen haben wollt, dann schaut doch mal auf meinem Instagram-Account vorbei und zwar mit dem schönen Namen Insane Network. Das war's für heute. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.